Sync Ja, da sind wir wieder. Juhu! Du, Ricksack! So. Dann auf geht's zum Schiff. Sitt, lass mal jetzt erstmal nebenliegen. Ach ich bin hier auf dem Müllberg geflogen und bin wie ein Punching-Ball hochgeflogen. Ist halt ein Gummiball. Müllberg. Genau. Müllberg, Springtier und Dortmund überall. Entschuldigung. Diese Dinge ist großartig, Player. Was ich jetzt brauche, ist, um den zweiten Akt anzupacken. Zeig mir ein paar gute Dinge. Ihr seht, dass eure potenzielle Liedern insgesamt ca. 10. Ne, wir haben noch mal Banking-Aufzug, ist die Frage. Brauchen wir sowas? Ähm... Verkehrtes wahrscheinlich nicht. Wir wollen ja eh alles durchmachen, daher. Lade den Virus hoch. So, ab geht's. So, wo können wir den Virus... Ah, da ist der Virus. Was heißt? Zack, durchs Portal. Mal. Mal. Kannst du mir das Virus aufbauen, was du wieder machst? Das ist gut. Lade den Virus hoch. Heidey. Jaaaa. Kommst duuuu. Hallo. Dann nur diesen... Auflage-Engel nicht annehmen. Falsches, da rein wollte ich Ich wollte erstmal Buckhead schnell abheben Boni Gehts oder ist immer noch, ja Doch Kommst du? Entschuldigung, ich bin gerade im Upgrade-Modus Okay Jetzt Ich habe nur gerade nochmal uns einen Boni gegeben Damit die Bekanntheitsgrad schneller sinkt Das war eben geil Was denn? Der Panzer kommt, ich friere Nein, du römst kaputt Du musst doch sein, oder? Oh Mann Was denn? Dann räumen wir auf Doch gut Gut gemacht Wir haben es geschafft Haben wir Nein, Kanal 5 Auto Geh zum Ziel So Up to get Sleepy Autsch Autsch Wir haben zwei Zielpersonen Es ist ein Robo Es ist ein Bedrohung, so großartig zu sein Es ist ein Bedrohung, so großartig zu sein Trunk mich Ich könnte mir ein bisschen SID suchen gehen Ja, irgendwie hat er bei mir gar nichts gemeldet Äh, laufen wir lieber einfach zum, ähm, Virus Hochladen Teil Okay Oder Moment Ich tue uns erstmal die SID vom So Komm her Los geht's Bist du bereit? Ich bin nicht weit von dir weg Also gar nicht anfangen? Mir aus, ja 40 Kills Ich glaube du kannst auch hinzuschießen Ja 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 Yeah Keine Ahnung, was ich gerade getroffen habe, aber irgendwas habe ich Na, na, ein Kill noch, ein Kill noch Fünf Kills noch Oh, okay Du meinst, die fünf Kills? Ja Alter, geht das eben schnell Hast du sie? Ja, das ist irgendwie schon verwunderlich, dass das mittlerweile so schnell geht, ne? Ich würde sagen, wir haben auch mittlerweile eine ganz gute Bewaffnung Ich bin zuhause So So So, da geht's raus Ähm Aufträge Aufträge Seinen Anzug Ich auch Wir haben wieder Wir haben ewigen Wie Synchro-Probleme, aber was für welche? Ja, irgendwie schon gerade So Und jetzt nochmal Jetzt starten wir Höhepunkt Also Lanza, äh, ja Seltsam, seltsam, ne? Ja Ähm, gut Der Höhepunkt Beseite gestört das System, absolviert hier das Trainingsprogramm Würde ich schon sagen, ja, oder? Für Blitz Ja Starten wir mal So, ab in die Simulation Und zumachen Und zumachen Da sind Virus hoch Genau Ich könnte auch nochmal kurz an der Waffenkammer vorbeigucken Karte? Ich hab gesagt Karte Moment, ich geh mal kurz an der Waffenkammer vorbei, ich muss mal kurz meine Waffenkammer Upgrade Und ich will mein Auflösungsgerät wieder haben Okay Wir tanzen wieder eine Ich weiß, hab' schon gesehen Schöner hinter Hm So, äh, Waffenkrank Das ist typisch, Mann Immer wenn die sowas spielen, müssen wir uns schön hintergehen Hahaha Haha Where will you go? So, äh, upgraden 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 Ladegeschwindigkeit Upgraden Upgraden Durchschlagende Schüsse Upgraden Waffe ist da So Waffe ist da Cool Waffe ist fertig, so rum Anti-Panzer-Faust Für 50 Taufe ich Gibt's da verschiedene Stile? Nö Ne, ich mach den Standard wieder rein Abfeuer, der Waffe bewirkt einen explosiven Rückschlag Oh Gott Ja, ich mach das Oh Gott, ich werd heute wieder arm Ich merk's Ich merk's Ladezeit Ladekapazitäten Hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich Was haben wir denn hier noch? Na, okay, das ist eigentlich alles Naja Okay, Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren Gibt's denn noch? Na, komm noch zum Ausprobieren Okay, ähm Verlassen, verlassen, verlassen Du hast schon gestartet? Ja, ich stand aufm Haus, auf einmal werd' ich angegriffen Bin ich schon da, ich komme schon Ich wollte jetzt eigentlich einen Gegner mal aufblasen Ja, mach doch Ist keiner da? Aber mach mal Die Waffe gefällt mir Die Waffe gefällt mir Hahahaha Cool, lustig Coole Waffe Tag Guten Tag Warum eißt du eigentlich schon so Freunde ein? Äh, war der Radius vielleicht mittlerweile so riesig ist von dem Ding? Guck mal da fliegt da f- äh, da fällt was auf uns zu Juhu Juhu Is da noch passen, oder? Guck mal, da ist was eingeeist, kommt auf uns zu RÜMMMS Alles geht In einer riesen Explosion in die Luft Is da noch gepasst, oder? Show me what you do against a bunch of Faea. Hallo? Waffe? Und du hast gelöst. Hm. Stör das System. Würde ich sagen... Scheiß auf Sid, wir stören das System. Ja. Ja. Gerne. Ganz. Vandalismus. Mal gucken, was wir jetzt wieder vandalieren dürfen. Äh... Okay, ich bin ein Profesional. Zwei Deppen, ein Gedanke. Und... Und... Dietrich! Ich bin ein Gerät. 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 Wir haben vergessen, wie wir' zu kämpfen. Ich bin ein Ardized. Ich bin ein Gerät. Und das ist mein Pfeil. Der Wanderlust gefällt mir. Ja, der hat was. Cool, und abwärts. Ich bin von der Laterne erschlagen worden. So, jetzt müssen wir gleich Bronz haben. Wenn ich mich jetzt sehen kann. Jo, hey, da gibt's ein Stampfparadies. Ja. Mal gucken, was wir jetzt noch schaffen, aber ich denke, wir kriegen jetzt kein Gold mehr. Nee, Gold kriegen wir nicht mehr, aber Silber. Ja, das könnte man eventuell noch schaffen. Und verrams. Na? Ich kann doch ganz sagen hier, so bleibt das Stampfen. Ja, irgendwie geht es manchmal nicht, ne? Ja, leider nur Bronzer. Nur Bronzer, naja, gut. Aber Hauptsache, geschafft. Stamm, 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 stamm. Jo. Yeah. Der hat's drauf gehabt, oder? Ich glaube, jetzt war's, glaube ich, Virus hochladen. Überrebe. War das nicht dieser Kampf? Das war irgendein Kampf, ja. Nee, Fight Club war, doch, Fight Club war das. War das Fight Club? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich kann nicht, dass ich mich nicht verhören kann. Hm, Gartenzaun abräumen. Du musst ja am Zwerge gehen. Ne, ich bin nur grad mit Vollspeed sozusagen durch so Dinger geschossen. Und hab dann halt mir Spaß daraus gemacht, den ganzen Gartenzorn mitzunehmen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh mein Gott. Was denn? Hey, Bat's tail war lustiger. Ja, aktiviert. Fight Club. Ich hab's doch gewusst. Auch nö, das heißt wir müssen wieder mit den komischen Sachen kämpfen. Aye. Boss vs. Julius. And welcome once again to Super Power Fight Club! Go. Let's go! Snipers! Boah, was ist denn hier los? Boah, was ist denn hier los? Boah, was ist denn hier los? Ich würde sagen, die stehen so kacke. Das stimmt allerdings. Und dann liegt man auch nicht auf Anhieb tot. Zu easy. Ho nö, die lieg'est doch nicht auf Anhieb tot. Nein, das ist ja auch so gewollt. Ho 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 ho... Toll Gibt es auch Punkte auf Umfliegen? Ja Aua Am einfachsten ist es wirklich das Eingefrieren Am einfachsten ist es drauf zuzurenen und linke Mausers zu drücken Ja, man merkt es Man merkt es Es wäre zu episch gewesen, wenn ich mich das noch getroffen hätte Du hast mich, glaube ich, sogar getroffen Nee Der letzte, der letzte Ja, ich komme nicht hoch Ja, aber nicht Hast du deine Beine ausgeruht? Ja Ach, dann müssen wir nur den Äh, die Stille verteidigen, okay Einfach nur zu dem Ding hin und verteidigen Wir dürfen immer nur noch die Dürfen eigentlich unsere Kräfte lützen? Ja 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 Ich habe gerade gemerkt Hallo Ich würde gerne einen Eisblaster benutzen Ja Ich würde gerne einen Eisblaster benutzen Ja Ich würde gerne einen Eisblaster benutzen Oh, Feuer Feuer ist kein Tor Nein Nein Ja, Mo Ja, ich komme gerade nicht aus der Ecke raus Tut mir leid Danke Bitte Weil wir haben nur noch den Boss Das ist eine Hechte Und durch geht es Julius Liddle So! Hot Stop! Hä? So! Erledigt! Ich hab noch Polygraphie-Probleme! Ist egal! Hoffentlich! Aber gut! So! Dann müssen wir schon wieder Ende mit der Folge machen! Ende Gelände! Ja! Bis zum Ende! Und noch viel weiter! So, jetzt warten wir kurz noch auf den Ende vom Ladebildchen! So! Wo willst du denn hin? Auf den LKW! Kommst du mit hoch? Ein bisschen kutschiert werden! Ich finde, das ist ein schönes Ende! Ich auch! Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Ende hier! Und... Tschüss! Und dann können wir es treinen. Na! Trygen!